Hallo meine lieben seit herz ist gegrüßt ich wollte mich kurz vorstellen ich bin's Heidi aus dortmund ich fahr schon über 20 jahre in die türkei ein wunderschönes land aber zum auswandern reicht es bei mir noch nicht aber man weiß ja nie kann ja irgendwann mal passieren ich wollte nur noch eben sagen dass eure videos die ihr rein stellt egal wer es von euch ist sehr informativ sind und mich interessiert halt was alles mit der türkei zu tun hat so ich hoffe das kleine video hat euch gefallen bis wahrscheinlich zum nächsten mal tschüssi